Hallo Freunde der Videospieler und Willkommen zu einem neuen Video mit einem neuen Tisch, aber gewöhnt euch nicht dran, es kann sein, dass ich vielleicht meine Unboxings woanders mache, ich weiß es noch nicht genau, das ist die erste Position gewesen, die mir eingefallen ist, deswegen probieren wir es mal aus und mal schauen wie es läuft und vielleicht bleibt der Tisch da, wo er ist. Mal schauen. Aber ja, ihr seid nicht dafür da, ihr seid für das Spiel dabei, das wir heute auspacken und zwar Ruby Grim Eclipse Definitive Edition in dem Fall. Das Spiel gibt es schon länger auf dem Markt, ich glaube für alle Systeme, ja, und die Switch-Version ist die letzte, die jetzt rausgekommen ist, die ist gar nicht mal so alt, ich glaube so ein halbes Jahr, bis Jahr maximal, und da nennen sie das ganze Definitive Edition, weil das ist so das neue Gaming-Word, das alles eine Definitive Edition ist, obwohl dann später plötzlich noch eine bessere Version rauskommt, keine Ahnung wie das funktioniert, aber hey, so ist es halt. Und ja, die Serie, das ist ja tatsächlich basierend auf einer Serie, die auch schon recht alt ist, immer besser wurde, so eine YouTube-Serie ist das, oder war, hat es angefangen mit so 3D-Grafiken, also alles noch sehr simpel zu dem Fall, zu der Zeit, aber sehr coole Charaktere, sehr coole Choreografie von den Kämpfen und sowas und deswegen mochte ich Ruby eigentlich immer. Ich habe es nicht komplett geguckt, weil einfach die 3D-Grafik so ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig ist, vor allem für die ersten Staffeln, aber ich habe es mir immer vorgenommen, mal zu gucken, vielleicht kriege ich irgendwann mal die Zeit zusammen, weil die Folgen sind noch nicht lang, manche sind nur 10 Minuten, manche sind nur 8 Minuten oder so, die werden dann immer länger, aber es soll auch ein Anime kommen, deswegen mal gucken, vielleicht gucke ich mir in ein Anime ran. Äh, ja, wie gesagt, das Spiel, rausgekommen, Limited Run Games hat eine Collected Edition rausgebracht, beziehungsweise eine physische, weil das Spiel gibt es nur digital überall, dann haben sie auch eine physische rausgebracht, wie es Limited Run Games immer macht, und hier gab es halt eine Collected Edition, beziehungsweise Limited Edition, und die war nicht so viel teurer als die normale Version, weil die Spiele sind ja meistens immer so bei, sagen wir mal, zwischen 30 und 50 Dollar, kommt immer darauf an, ob es ein altes Spiel oder ein neues Spiel ist, in dem Fall war es ein etwas neueres Spiel, also hat es, glaube ich, 40 Dollar gekostet für die Switch, und ich glaube, die Edition hat 70 oder 80 Dollar gekostet, also nicht viel mehr, und ja, ich fand die eigentlich ganz nett, weil ich irgendwie, wie gesagt, ganz cool finde, hier sehen wir ein paar Screenshots, bei der Switch Version sind, glaube ich, auch ein paar Special Sachen dabei, ich glaube, diese neuen Kostüme, die die haben, äh, ich glaube, die Battlesuits oder so nennen sie das, sind exklusiv, glaube ich, ich bin mir nicht 100% sicher, weil ich habe das Spiel für Xbox, die Digital Version, und, ähm, ich hole ja in der Zeit mal alles raus, und, äh, da habe ich dann mal in den Store nochmal geguckt, was es da gibt, und da gibt es halt ganz viele DLCs natürlich, ähm, mit Kostümen und auch Charaktere und sowas, aber diese Power-Soups oder auf jeden Fall diese Art von Kostüm habe ich da nicht gesehen bei der Xbox-Version, vielleicht gibt es die mittlerweile, vielleicht sind die erst später gekommen, das kann ich euch leider nicht sagen, aber, äh, derzeit habe ich sie nicht gesehen im Store, und ich glaube nicht, dass die noch irgendwie im Nachhinein kommen, oder ich habe sie auch übersehen, vielleicht waren sie in einem Paket dabei, da gab es halt so, ähm, Sommer-Outfits, Akademie-Outfits und sowas, und vielleicht war eins von diesen Outfit-Paketen, vielleicht waren da diese Kostüme dabei, weil das Cover auch komplett anders aussieht als bei der Xbox-Version zum Beispiel, wenn man sich da die Digital-Version anguckt, auch von der Playstation-Version, da haben die andere Kostüme an, und hier sieht man ganz klar, haben sie diese, ich glaube, Power-Suits oder Adult-Suits, keine Ahnung, auf jeden Fall kriegen die halt irgendwie die Suits, und auf den Screenshots sehen wir alle, dass sie nicht ihre Standard-Outfits haben, sondern diese Outfits hier, wenn es das Standard-Outfit ist, ich habe das Spiel noch, also ich habe das Spiel auf der Xbox gespielt, aber diese Version habe ich nicht gespielt, ich weiß nicht, ob da mehr noch anders ist, außer, als dass es hier ein paar mehr Kostüme gibt, hier sind natürlich alle DLCs dabei, Definitive Edition, und was hier immer cool ist, sind, bei dem Theron Games hat man immer die Anleitungen, und hier sehen wir auch die Charaktere, direkt auch schon mit dem neuen Outfit, deswegen, also ich habe die Serie nicht so weit geguckt, dass die so ein Outfit plötzlich an hatten, ich habe nur die erste oder vielleicht noch bis zur zweiten Staffel geguckt bis jetzt, ja, das ist das andere Team, da sehen wir auch, so ungefähr sehen sie auch im Spiel aus, von der Grafik her, hier ist halt interessant, dass die halt das gleiche Outfit haben, also ich weiß nicht, ob dieses Team kein, keinen Zeitsprung macht, oder was auch immer, dass die dann halt andere Outfits bekommen, vielleicht existieren die Charaktere nicht mehr in den späteren Seasons, ich weiß nicht, äh, Folie habe ich schon abgemacht, falls euch wundert, dass hier keine Folie drauf war, ich hatte kurz mal reingeguckt und schon mal alle Folien so weit entfernt, ja, ganz nett, Spiel immer gut zu haben, dann haben wir natürlich ein Poster, und das ist bei Limit John Games eigentlich immer so eine Tradition, dass dann jede, Limit jetzt, oder Collectors Edition, oder was auch immer, in jeder Edition, wo ein bisschen mehr drin ist als nur das Spiel, ist eigentlich immer ein Plakat dabei, ja, ich sag immer, es ist schade, weil es eigentlich ein cooles Design ist und sowas, aber natürlich als diese Knicke, und die kann man nicht so wirklich rausbekommen, ist halt immer so ein bisschen, ja, ist blöd, kommt dann mal drauf an, wenn man das jetzt in den Rahmen tun würde, und aufhängen würde, dann wird es natürlich, ja, gut irgendwo hinsetzt, wo man die nicht so ungefähr sieht, dann kann man das eigentlich ganz gut machen, aber ja, ich weiß, sie können es nicht anders machen, beziehungsweise sie könnten halt natürlich Posterrollen oder sowas machen, aber das wird den Versand so teuer machen, oder Stoff-Plakate, aber selbst die haben ja dann auch die Knicke, ja, ist natürlich alles eine Frage der Kosten, und in dem Fall muss ich ganz klar sagen, diese Collectors Edition war nicht wirklich teuer, und deswegen habe ich damit auch kein Problem. Deswegen gibt es auch so Sachen wie Sticker, ja, die sehen wir auch, das sind die neuen Outfits, ist mal ganz, ganz nett, gehen wir noch mal hier ein bisschen näher dran, an die Mädels, ja, ganz cool, also coole Outfits auf jeden Fall, wie gesagt, die kenne ich so noch nicht, die Outfits, das ist hier Spielgrafik, und das ist quasi Artwork. Natürlich ist Artwork ein bisschen cooler, vor allem wenn man Yang hier vergleicht, von den Haaren her, weil wir anderen geht so, wobei hier auch die Haare natürlich hier so ein bisschen mehr lila sind und hier ist einfach nur Schneeweiß, aber ja, Sticker immer ganz nett, äh, ich weiß nicht, was ihr von Stickern halt, könnt ihr mir ja gerne in die, äh, Comics, äh, in die Comics, in die Comments schreiben, ich bin immer so, ich finde Sticker eigentlich ganz nett, aber meistens sind die mir zu schade, also ich habe echt so ein paar Sticker von Devon McCry zum Beispiel, oder von Monster Hunter, als ich in Japan war, habe ich mir die gekauft, und die sind mir einfach zu schade und nicht zu benutzen, das ist echt schade, und, äh, ich weiß nicht, also hier, gut, das sind jetzt keine Sticker, die ich jetzt unbedingt irgendwo wüsste, wo ich saubere, aber mir sind die meistens zu schade, gut, das sind jetzt hier nicht die besten Sticker, also es gibt bessere, so, machen wir die hier auf, das sind Pins, oh Gott, oh mein Gott, ja, doch, ich schaff's, warum haben die die alle einzeln verpackt, ja gut, damit die sie wahrscheinlich nicht zerkratzen, so, gucken, oh ja, das ist eine schöne Qualität, ja, das sind gute Pins, da bin ich auch so, ja, da weiß ich auch nicht, wohin damit, um ehrlich zu sein, die sind mir auch meistens zu schade, weil wenn ich die jetzt irgendwie an meinen Rucksack mache, oder so, weiß ich ganz genau, dass die kaputt gehen mit der Zeit, und, ja, aber ist schöne Qualität, also hat auch so ein bisschen hier Textur, finde ich sehr, sehr schön, ich weiß, es gibt da so, aber ich habe mittlerweile auch schon recht viele Pins, dass es sich lohnen würde, so eine Pinnwand mitzuholen, es gibt ja diese, halt einfach so aus Kork, sehr aus Kork, ja, ich glaube, so eine, wie so ein, ja, wie so ein kleines Bild, oder so ein Kost, sondern einfach alle seine Pins da drauf zu hängen, ist eigentlich gar nicht so dumme Idee, habe ich schon öfter mal gesehen, bei anderen Menschen, die Pins haben, aber normal kaufe ich ja eigentlich nicht so Pins, meine Pins sind meistens immer in irgendwelchen Collects Editions dabei, und, äh, weiß nicht, ob ich die dann da rausnehmen will, aber ja, schöne Pins auf jeden Fall, von allen, äh, allen Vieren, in ihrem neuen Design, also sie sind wirklich gut gemacht, das sind wirklich Pins, die gefallen mir auch, tatsächlich, ob ich sie benutze, ist eine andere Frage, und dann haben wir hier noch so einen Anhänger, von Rubys Waffe, das ist halt auch cool, dieses, also das hat mich damals zu der Serie gelockt, äh, bevor die Serie rauskam, äh, hat der Macher, der leider verstorben ist, ähm, hat er so kleine kurze Teaser-Videos rausgebracht, zu den, äh, vier Hauptcharakteren, und da ist er halt zum ersten Mal diese Waffe gesehen, und das war halt eine Sense, und am Anfang war es okay, dass sie halt mit der Sense kämpft, das ist ja auch ganz coole Choreografie, aber irgendwann fängt sie an, damit rumzuballern, weil das halt auch, wie man hier sieht, ein Gewehr ist, ich muss wieder mit Fokus, ich möchte wieder nach unten, Fokus bleibt oben, na komm, ja, mein Fokus ist nicht der beste, es tut mir leid, also hier sieht man, dass das so ein Gewehr ist noch, und das sieht halt schon cool aus, weil die die auch einklappen kann und sowas, kann man auch im Spiel machen, äh, rumballern, äh, weil jede Waffe halt so, so eine Fernkampf, äh, Funktion hat, sag ich mal, aber das Hauptding von, äh, dieser Collection, was mich interessiert hat, war das hier, und das ist eine Shadowbox, ja, Shadowbox Art nennen sie das Ganze, ähm, die gibt es auch von anderen Spielen zu kaufen, tatsächlich, aber mehr von diesen Pixel Spielen, weil die Firma, ich weiß nicht, ob es die Firma oder die Dinger heißen, Pixel Frames, wie man hier sieht, Pixel Frames, ähm, die machen für, boah, habt ihr vielleicht sogar mal in einem Saturn oder Mediamarkt gesehen, das ist mir auch mal aufgefallen, dass es die auch im normalen Handel zu kaufen gibt, von Super Mario, von Contra, von Castlevania oder sowas, hab ich schon mal gesehen, ähm, und ich meine, bei uns gibt es die auch in Deutschland, hab ich die, glaub ich, mal gesehen, und das ist halt einfach, ich meine, ja, es ist halt nichts Besonderes, das ist hier ein Plexiglas, das ist kein echtes Glas, und das ist halt theoretisch gesehen auch nur ein, sind das hier so Pappaufsteller, würde ich sagen, die halt da so ein bisschen in mehreren Ebenen aufgestellt werden, aber es sieht cool aus, also, ich find's ganz cool, es gibt auch welche, ich glaub ich bei, ähm, also das ist exklusiv, gab's das nur bei Limited Run Games, so wie ich weiß, ich hab mal geguckt auf der, äh, Seite, da gab's den nicht zu kaufen, da gab's halt, wie gesagt, nur so Pixel-Sachen, weil die heißen halt Pixel-Frames und das Spiel ist ganz klar kein Pixel-Spiel, deswegen machen die eigentlich eher so, ähm, Megaman und sowas, so diese alten NES-Spiele, aber das hier ist, wie gesagt, exklusiv, und ich meine, die hatten auch für, ähm, Castlevania, das ist dann, äh, das PS1-Spiel, ähm, da hatten die auch eine Collected Edition, äh, Symphony of the Night, hatte Limited Run Games auch eine Special Edition, die aber schon deutsch teuer war, und da konnten die noch leuchten, also hatten die hier noch LEDs und sowas eingebaut, was auch sehr cool ist, und hinten sieht man, die kann man aufhängen, hier hat man auch so, so eine, äh, hier so ein Schildchen, das man vorne aufkleben kann, und ja, ich find's ganz cool, also ich werd mir das auf jeden Fall aufhängen, das war halt der Grund, und diese Dinger kosten halt auch so 25-30 Euro, ähm, wenn man die jetzt, äh, in der, äh, auf der Seite von denen kauft, und bei Amazon gibt's, glaub ich, auch welche von diesen Dingern, hab ich, glaub ich, gesehen, ich weiß nicht, ob das Importe sind, oder ob es die auch hier in Deutschland zu kaufen gibt, und ja, deswegen war das dann okay mit dem Spiel zusammen, dieses Ding, weil der Rest, ich mein, die Pins sind nett und alles, aber das ist eigentlich so das, was ich haben wollte, und, äh, ja, das ist eigentlich so das Hauptding, ähm, wie gesagt, ist eine kleine Collection Edition, aber vom Preis her fand ich sie vollkommen okay, normalerweise kaufe ich mir nicht viele Limited Run Games Collection Edition, um ganz ehrlich zu sein, weil ich find immer, da ist dann so ein Steelbook dabei, was mich interessiert, oder vielleicht ein Soundtrack, aber da ist halt so viel anderer Quatsch, wie Sticker, Poster und sowas dabei, wo die natürlich den Preis erhöhen, auch wenn das natürlich keine hohe Qualität ist, und jetzt hier nicht viel Preis ist, aber trotzdem, ähm, ist da manchmal, wenn man sich auch den Karton anguckt, der ist auch viel zu groß, eigentlich, den hätte man kleiner machen können, äh, die Sachen sind da eigentlich noch reingeschmissen, äh, finde ich halt auch so ein bisschen, ja, blöd, war, ist bei manchen Collection Edition einfach so, aber ja, wie gesagt, ich kaufe die halt gerne, weil ich die unterstütze, und halt gerne mal halt so ein paar Kleinigkeiten, und sofern der Preis okay ist, kaufe ich das, weil ich hab ja auch ein paar andere Collection Edition, außer die von Streets of Rage gekauft, äh, die natürlich genial war, war auch deutlich teurer, aber auf dem Preis her meiner Meinung nach vollkommen okay, ähm, deswegen, ja, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Collection Edition haltet, oder allgemein von, äh, Limited Run Games Collection Edition, ob ihr da auch welche euch kauft oder nicht, wie immer, mach ich alle Links in die Beschreibung, falls ihr Interesse habt, und nicht wisst, wer Limited Run Games ist, dann gebe ich euch natürlich eine Verlinkung, diese Version gibt es leider nicht, ich persönlich würde sagen, mir gefällt sie, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr da mehrere hundert Euro bezahlen müsst, nur um sie jetzt nachzukaufen, weil jetzt gibt es sie nicht mehr, ihr müsstet sie bei Ebay kaufen, und das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, es sei denn, ihr seid ein großer Fan von der Serie, dann vielleicht, ja, weil das Spiel schon zu haben ist schon ganz cool, jetzt auch für ein physisches, jetzt habe ich es zweimal, aber halt einmal für Xbox und einmal hierfür, aber ja, das war's zu dieser Edition, und wie immer bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt Spaß, ein Like ist immer nett, und wir sehen uns im nächsten Video, danke und tschüss.